Hallo zusammen, ich bin die Marina und bin im dritten Lehrjahr aus Zierpflanzengärtnern hier in der Gärtnerei im Psychiatrischen Zentrum Münsingen. Ich zeige euch heute meinen Alltag. Kommt doch mit! Meine Tagesaktivitäten fangen damit an, dass wir morgen alle zusammenstehen und den Tag besprechen. Nachdem gibt es Arbeiten wie Gießen, Säen, Begieren und Topfen, dazu auch Schädlingsbekämpfung und Schnittblumenrüsten. Am Abend putzen wir alle zusammen den Arbeitsraum und den Tag ausklingen. Das Schöne bei diesem Betrieb ist, dass man Hilfe vom Ausbildner bekommt, dass das Team sehr gut ist und jeder einander hilft. Auch nicht nur bei den praktischen Arbeiten, sondern auch im schulischen Bereich. Was man in diesem Beruf mitnehmen sollte, ist die Freude am Arbeiten im Freien. Selbstständig arbeiten und auch gleich teamfähig sein können. Eine gewisse Eigenmotivation und ein gutes Durchhaltevermögen und eine gewisse Grundfitness. So, der Tag ist vorbei. Ich hoffe euch hat es gefallen. Wenn ja, teilt euch doch heute noch bei uns bewerben. Tschüss zusammen! Tschüss! Musik 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 Vielen Dank.